Tag zusammen und herzlich willkommen bei RUM Jojo Sojo und wieder zurück zu FIFA 14 Pro Club und mit dabei wie immer Al Poncho von AngespielTV Hallo da Boris von AngespielTV Hallo dann noch Toboky von GameGang.de Hallo und heute noch ein weiterer Gast, da Marvin Hallo Ich bin Ros kein aktiven YouTube-Kanal aber er spielt mit heute mal ich bin türkisch Meinungsbetrachter, wenn du noch auf jeden Fall bist Ja, der Boris ist jetzt z.E.B. hauts auch schon die ein oder anderen Bälle raus Eine Bälle habe ich eigentlich zu viel und ich muss mal noch mehr zu viel Oh, das ist eine gute Torchance Mir war schon ein gefährlicher Schuss Jaja, das war Auf jeden Fall gut geklärt Das ist ein Tor, ne? Der ist turkis hier Ich bin türkisch Du bist auch Mejons turkis Groß ist der komische Vogel hier, der genau Blau Gott meine Farbe Hauptsache Bomndelch, Alter Alter, wieso stehst du da? Hallo? Blau? Gretchen rum Er kann auch reden, dass ihr könnt auch mit dem Komis hier Ja, deswegen habe ich angefangen, wie so der Dachum steht, aber es kommt ja keine Antwort Ja, wenn mein Gegenspieler dort stand Die Luft oder was? Oben! Ach nee, kann sie nicht Ja, warte Flanken Flanken, doch Ja, aus der Flanken, Gott Mir egal, du hast auch Flanken von 2096 Nee, ich habe Flanken, keine Ahnung, schlecht Dann bleib hinten Flanken, das war das 2013 Oh, schöner Pass, schöner Pass Hmmm, noch ein schöner Pass Ja, aber der war auch gut, oder? Warte, 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 tata Warte, den Fall, aber was das war? Ja, Marvin, das ist der, da war schlitzer, oder? Was war das? Grün schlitzer, sprich Schlitz hat er gesagt Hat sich, glaub ich, er gemuted Okay Pfff Du sollst deine Antworten Werf mal langs in dieser genau und und so hat er ist klar es geht schon wer ist gelb wer hat so dumm schreit so schadet es wird umschreit ich hab jetzt gedacht das war eigentlich ein schöner passen können man auch wieder sauer als der abschließend ein aufsetzer die dritte die abrufungsbewegung da abrufen wieder dort seine Energie ich glaube der ist weg oder so ja aber ich stehst du dann da so im Abseits wenn ich muss bloß gerade mal ein paar Einstellungen alle macht sich gut beim Spielen oh jetzt geht der Boriso aus dem Samstag und man sieht es er ist wütend er bringt die Flanke da da ja sie liebste er war schon töten sagt er zettel und wohl sagt er ist der Zerficker Zerficker die perfekte Flanke äh ich sehe der natürlich auch einen guten laufig äh ich muss sagen nach diesem Spiel müsste kurz auf mich verzichten weil ich Essen Tu mache ja was denn es ist ein Alter wird über den Armin mit Vitaminen ich weiß nicht was es gibt wir haben in Zettkipps verpackt den kleinen Brot ich will es war es nicht ja bei ihm die Flanke war mindestens genauso okay aber die geht dann nicht ja weil er kommt war das und hast nur so okay war auch werden für die Kopfballmannschaft er wird auch nicht so einen schlechten wir haben drei Leute die Kopfball können da sind wir auch keine komm herrscher ist und so werden mit dem Duschkopfball mittlerweile gemacht ja das stimmt immer noch auch gar nicht anders so jetzt haben wir eine Überzahl Situation mit indirekten und kriegen auch sofort ein Tor durch Battlefield Alter dann geh nach Battlefield Geh Abraham geh also äh ja das war scheiße Foncho ja ich weiß das war scheiße ja ich merke das ja geh auf die Bange ich weiß alter Jo wieder mit der Kacke du machst die ich mach die der Trick der macht den immer in den Gegner holen also du kommst nicht vom Der Übersteiger ist dazu da eigentlich die Richtung zu. Der Übersteiger an sich ist für... Warte mal, lass mich mal ausreden. Richtungswechsel. Wenn du jetzt Eintricks machst und einfach schnell die Richtung wechseln willst. Also nicht so unbedingt... Oder wenn du den langen Ball einfach nicht kommen lässt, obwohl er gerade richtig geil bewegt ist. Dann kannst du es natürlich auch machen. Ich hab kein... Immer. Ach, dann macht er den nicht zu dir. Du warst doch frei. Ja, dann kann jetzt der Schuss aus der zweiten Reihe kommen. Aber macht er nicht. Könnte. Ja, nee. Wenn er sich den Ball wieder zwei Kilometer weit vorlegt, geht das leider nicht. Ich hab's gesehen. Nicht er, du. Ja, ja. Hab ich vorgespielt? Nee. Äh, hier Marvin. Ja, jetzt könnte der Schuss aus der zweiten Reihe kommen. Uuuuh, schau dir. Ja. Aber siehste, da war das jetzt mal einmal richtig, dass ich mich da... Äh, konzentrierte. Ja, du bist ja im ZOM. Hm. Ja, deswegen. Da muss der lange Ball kommen, der lange Ball kommen, der Ball kommen, irgendein Ball kommen. Ja, dann zieh ich mir halt erst dann zum Abseits, wenn es aufgeht. Ja, das ist aber immer noch, bis du zurück bist. Ich bin wieder da. 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 Oh. Und durch. Äh. Nein. Es ist aber auch ein halbes Hemd. Nicht immer. Da muss der Ball kommen, der Ball kommen. Ja. Ja. Bobo will so klettert Flügelflitzer. Ja, ich wäre gerne einer, aber... Ja, Tor. Ja. Bettelfield hat das Tor geschossen. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass wir ein bisschen gemacht werden. Ich finde es gerade ein bisschen scheiße, dass die Abwehr so schnell überbrückt wird. Oh, ist der denn so flott? Derweil, wie wir gerade aufnehmen. Ach so. Ballkontrolle plus zwei. Du musst immer scheiße kommen. Alter Poncho, ey. Ja, Ballkontrolle plus zwei. Hat man jetzt gemerkt. Hat man gemerkt. Schön. Ja, genau. Lass den Blei ruhig liegen. Den Blei? Den Blei. Den Blei. Den Blei. Ja, guck mal, wie gut ich das gemacht habe. Nicht. What the fuck, wieso kriege ich den Ball? Und in dem Moment, in dem Moment macht er das, wo er gesagt hat, ich habe das nicht gut gemacht. Fick dich. Donner, leck mich doch auf den Sack. Also, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass Boris den nimmt. Ja, ich habe auch gedacht, der nimmt den Kopf und nicht auf den Fuß. Wir haben ruhig besser gewesen. Wir haben besser gewesen. Der Kopf wird dann so ein richtig harmloser Köpfball vorbei. Köpfball, ja. Genau. Knauf lieber da rein. Ein Kopfball. Alter. Von Paul Potra. Jan, bitte mal Otze. Potzenarsch. Und Zwirn. Potzenarsch und Zwirn. Alter, du kannst auch den Tackle nur machen, wenn du den Ball willst, nicht eine Gretchen. Wieso, da liegt das auf dem Boden? Ja, das war ja okay, aber der Ball. kam dann halt nicht so geil und. Geil. Unser Planet, geil und. Was bist du denn eigentlich für eine Position, Moritz? Z-O-M. Ah, ja. Wer muss der Ball können? Wer muss der Ball können? Ja, wenn der Pfiff kommt, kommt der Ball, Alter. Alter, Alter. Du hast auch was gelitten oder so, ne? Sackasmus. Weil wir können ja weiterspielen, wenn der Pfiff kommt. Machen wir dann einfach immer. Ja, wir können dann einfach drinbleiben. Ja, einfach weitermachen. Ne, wir ignorieren das einfach. Wir spielen, wir machen unser Spiel. Ach. Sorry. Wir müssen den unser Spiel aufzwingen. Ich dachte jetzt, da rennt mal einer von uns. Dachte. Dachte. Und in besonderem meiner, der nicht gesteuert wurde, mit einem 85er Attacking Positioning da mal alleine vor das Tor. Das ist ja der Mann. Alter, dieser Snitch da, dieser Battlefield, der hat 84er, 8,4 Bewertung, Junge. 8, was? Ja, ich hatte gestern 9,6, als ich mit Bocci gespielt habe. Marvin, was wissen du für Positionen? Gegen Bocci sieht jeder gut aus, oder was? Nein, mit Bocci. Ja, aber im Vergleich zu Bocci. Was? Oh, der war gut. L.M. 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 Will Limp the Foul. Der hätte jetzt gedacht, das pfeift der wieder als Foul, weil er ein Faktenaut ist. Da muss der Pass direkt kommen. Ich konnte ja nicht direkt spielen. Ich habe mir vor, dass ich überhaupt nicht spielt bekomme. Ja, bis dahin war es gut. Fortuna, Düsseldorf, EO. Fortuna, Krieger. Du Scheiße, ey. Ja, okay, das ist jetzt nicht der Schütze, ne? Ist nicht der Schütze schlechthin, ne? Ja, ich habe nur, was weiß ich, gefühlt, Sterner auf dem schwachen Fuß, auf jeden Fall. Zwei, höchstens. Bist du, ich war eher non-geil. Ja, was kann ich denn dafür? Er hat die Niedrigstum angenommen. Ich bin es, das Spiel ist eigentlich. Für mich in den Köpfen, Pass. Ja, läuft. Alter, der kann überhaupt keine lange abwürgen. Loll, du Scheiße. Alter, war das jetzt, war der jetzt? Zum Glück ist, dass er unter Aufnahmen hat. Holy shit, ey. Entschuldige ich mich einfach mal für? Ja, was? Ja gut, der war schon gut gemacht. Pfff. Nee, ich bin es. Neco, mio, Popo, Blanko. Bittery, red and east. Boah, n. Leck mir die Backenblank. Ja, 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 uh, schön, sehr schön, schön, Anschluss, kann man mal, stark, ja, ein Überschwenk, äh, Überschuss von Freude hier zu hören, wenn wir den Anschluss geschaffen haben. Das ist natürlich dann nichts wert in dem Moment, denk ich mal einfach. Ja, es ist ja auch nur 3-2-Inder, also. Es ist ja noch nicht so, dass es jetzt... Ja, aber um... Ja, wie man beim 5-2-Zolom gesehen hat. Also... Drei Tore in sechs Minuten sind möglich. Ja, aber das, das, um überhaupt noch 3-3 zu spielen... Wenn man so einen Rally 묻ertschaft natürlich... Um 3-3 zu spielen, dann muss man ja auch erstmal ein 3-2 gemacht haben, oder? soft, ich kann mal überspringen. Okay. Zählt doppelt das Tor? Wir nehmen dieses 3 zu 2 nicht an. Das war unnötig. Adi, das geht nicht. Hier doch Elfen melken, ey. Elfen dem. Das ist doch zum Elefanten melken, Alter. Ah, direkt. Boah. Scheiß. Direkt pass. Alter, was hat denn der für einen Schuss? Ja, der hat einen guten Schuss. Einen guten. Okay. Der battle 4. Hat er auch nur 9,7er bewertet im Moment, ne? Ja, die hat ja auch alle Tore gemacht. Naja, zwei Stück nicht. Der pass. Ja, war gut, war gut. Rückraum. Ja! Ja, siehste. Ne, war gut. Von hier, wie heißt er, Marvel? Marvel, ja. Sehr schön. Denk mal, als LM hat er da auch ganz gute Werte für, ne? Ach nee, wer hat den gebracht? Ach, du hast den gewonnen. Wer hat den jetzt gebracht? War schon gut. Ja, ich hab den gebracht, aber der Pass vorher für die Flanke war halt schön. Schön. Ja, wir stehen dann nach dem Anstoß, immer nach dem Gegnern mit dem Anstoß, immer wie so'n Plot. Wie die Eckenvariante von Borussia Dortmund, ey. Ja. Kämpf! Kämpf! Gute Stärkenwert oder so, ne? Oh, in goes the cross. Ach. Uch. Nein, gut. Er geht ja da an zwei Mann vorbei, der Ball. Da ist der Haustschutzmacher von Poncho ausgegangen. Der ist aber auch schnell. Ja, ja, ja. Das ist schon falsch. Machst du nicht, also der ist so doof, ne? Der ist schnell und kein Rutschießen. Der ist so doof. Das ist ein Blöd, Mann. Ja, das ist auch ein Blöd, Mann meinte. Der soll sich aus Liga 7 verpieseln, ey. Und ein Liga 8 1,15. Ach, du, ins. Sieg! Ja, das würde ich wohl tun. So, reagerell, da kommt auch auf 3-3 ran, und was passiert? Nuys. 4-3. Hält. Das Spiel auch mal ab. Und das Spiel auch mal ab. Oh, so. und eine Ruhe, sag ich zum Kommissar, komm mal, klar Mann Mann Borscht 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 Ja, jetzt einfach schneller Das gibt's nicht Das ist so widerliche Das geht nicht klar Oh, jetzt, 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 jetzt Erstmal einen Meter abbremsen Oh, wieder gedoppelt ist Ja, pflicht geht uns aus Ähm Wir gehen jetzt Ich meine in der Mitte hier Ja Shane Mönch, äh, lang Ja, oder so Sehr schön, sehr schön Sehr schön, sehr schön Komm bitte Da war ich zu klein Ich hab den schon fast einen unserer Köpfe da dran gesehen Ibrahimovic auch Ich hab ihn schon im Tor gesehen Ok nochmal, komm Baby Kannst das Krass Krass Nee, wird's weg Aber extrem schnell Ja, ha, ha, ha Scheiße Ah, derweilol Kannst ja mal einen langen Ach, du Scheiße Hä? Warum reden wir nicht? Du bist so bis zum Nachricht gelaufen Türke Turkeys Ja Zumal durch Auch verletzt zu lassen Ja 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 Sehr, sehr schöne Flanke Sehr, sehr schöne Flanke Schön, das passt Flankenpasst Schön, das war gut Ich hab kurz überlegt, ob ich's alleine mache Und ich bin auf dich drauf Komm her, du Lutscher Oh Komm her, du Lutscher Nütte Du Lutte Lutscher Alter Alter Sauber So Passt, Spiel plus eins Ja Gut, ich bin dann weg Ich will kurz essen auch da rein Bis gleich, könnt ihr warten oder nicht Tschüss mal Tschau sehen Ja, dann machen wir jetzt noch schneller ein Spiel und dann Naja, was machen wir es? Wie lange auf Schausten? Wie lange auf Schausten? Wie lange auf Schausten? Vielen Dank für's Zuschauen Wir hoffen, es hat euch gefallen Und wir sehen uns im nächsten Video Bis zum nächsten Mal Tschau sehen